Pop-Videos in der DDR war eine große Herausforderung für alle, die die Pop-Videos in der DDR gemacht haben. Viel Arbeit, aber die auch sehr freundvoll war und viel Freiheiten, weil wir unsere Ideen selber ausspinnen konnten. Wir waren immer ganz stolz, wenn wir die Gelegenheit hatten, ein Video zu machen. Und insofern war es eigentlich fast immer eine Belobigung, ein Video zu bekommen. Das war so Kür. Das war was Besonderes.